Yo was geht, hier ist Djamu und heute kriege ich wieder Zitronensohn ein paar TikTok-Kennste bei. Küsst dein Herz, oder? Aktueller Trend, du kennst ihn bestimmt die ist, I eat you. Da, 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 da. Kennst du? Ja, ja, ja. Also am Anfang sagt er einfach nur so, I eat you. Und dann über Kreuz. Egal wie. Einfach egal. So oder so. So oder so. So nicht beten. Nein. So. Tak, tak, tak. Also Bruder ist schon. Wichtig ist die Hand. Über die Hände. Okay, okay. Auf die Schulter. Also. I eat you. Muah. Tak, tak, tak. Tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. 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 Nein. Einmal nur. Tak, tak, tak. Boom. Tak, tak, tak. Boom. Versuchen wir so schnell. Tak, tak, tak. Boom. Tak, tak, tak. Boom. Ja, easy. Das ist schon so der Anfang. Tak, tak. Also am Anfang so. I eat you. Tak, tak, tak. Boom. Dann den. Ne. Ja. Und dann so. Tak, tak, tak. Tak, tak. Und boom. Boom. Ja. Okay, geil. Jetzt nochmal mit dem hier machen wir anfangen. I eat you. Muah. Tak, tak, tak. Tak, tak. Boom. Okay, okay, okay. Der ist schon. Endlich haben wir uns. Und danach machst du das easy. Dann. 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 Und danach? Dann dieses Herz. Das was du kennst. Boom. Genau. Und dann? Und dann kommt so einfach nur. Wie? Ah, so drehen. Wie? Nee. So. Aber. 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 Wie werfst du denn drehen? So drehen? Ja. Aber ich zeig mal. Das. Das kann jeder TikToker, Digga. Also. Du bist kein TikToker, wenn du das nicht kannst. Also. Ich bin ja auch. Ich dachte du bist TikToker. Ich bin anerkannter Künstler. Wie auch noch? Hahaha. Toll. Spass mal. Okay. Bruder. Digga, was hast du gemacht, Bruder? Wie kann's denn? Digga, Son, ich brauch dich. Klär du das einfach. Son, bitte. Helf mir, Bruder. Ich muss ein paar Dänzen lernen. Ich muss die Reihe gehen.